hallo ich hab dir mal das 9 euro ticket am rmv fahrkartenautomat gekauft ist sehr einfach weiter nach dem intro ja das 9 euro ticket ist da wir kannst am automat kaufen hier ein rmv fahrkartenautomat da doch gleich oben hier so ein feld für das sonderangebot dann die information dass wir das personalisieren müssen jetzt können wir den monat aussuchen er sagt uns 9 euro gut 10 euro gehen auch er wechselt ja und schon wird das ticket gedruckt und auch das wechselgeld kommt raus wenn wir nehmen und wir halten das 9 euro ticket in der hand also wie wir es wollten klar wir müssen auch den namen eintragen bevor wir fahren dürfen und natürlich bis zum ersten warten aber wir haben erreicht was wir wollten mal schauen wie oft das nutzen und ja ich würde mich auch freuen wenn ihr den kanal abonniert oder euch eins der anderen videos anseht kommentare sind auch erwünscht ich danke dafür dass euch das video angesehen habt